Deutschlandfunk, Deutschland heute. Morgen ist es genau zwei Jahre her, dass der rechtsextremistische Attentäter von Halle einen Bombenanschlag auf die Synagoge plante und zwei Menschen umbrachte. Die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt wollen morgen mit einer Gedenkzeremonie der Opfer der antisemitischen und rassistisch motivierten Tat gedenken. Und während weiter über Präventionskonzepte gesprochen wird, sorgen Briefwechsel einer jungen Polizistin mit dem Attentäter für Entsetzen. Und es stellt sich auch die Frage, welches Sicherheitsrisiko stellt der Attentäter aus der Haft heraus noch immer dar? Unsere Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt, Antran, erzählt uns, was da genau passiert ist. Sie soll aus Bitterfeld stammen, Anfang 20 und bisher eigentlich ein unbeschriebenes Blatt sein. Eine junge Polizistin soll eine Brieffreundschaft zum Halle-Attentäter gepflegt haben, also zu jenem Mann, der vor zwei Jahren einen Anschlag auf die Synagoge in Halle plante und danach zwei Menschen ermordete. Etwa 20 Briefe soll die Beamtin dem inhaftierten Attentäter geschrieben haben. Aufgeflogen ist das Ganze durch interne Meldeketten bei der Polizei, erklärt Sebastian Striegel, in- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. In diesem Fall ist die positive Nachricht, dass hier Meldeketten funktioniert haben, dass Kolleginnen und Kollegen der Polizistin aufmerksam geworden sind und das auch als Problem erkannt haben und eben nicht weggesehen haben, sondern ganz konkret reagiert haben. Recherchen der Mitteldeutschen Zeitung und des Rechercheverbundes von SZ, NDR und WDR zufolge soll die Polizistin in ihren Briefen romantische Gefühle und Verständnis für die Taten des Halle-Attentäters Stefan B. bekundet haben. Um ihre Identität verdeckt zu halten, soll sie extra einen Briefkasten präpariert haben, der mit ihrem Vor- statt Nachnamen beschriftet gewesen sein soll. Ein unfassbarer Vorgang befanden mehrere Innenpolitiker im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der Innenausschuss hat bereits in der vergangenen Woche nicht öffentlich zu dem Fall getagt. Aus dem Innenministerium gibt es bislang keine offizielle Äußerung, allerdings heißt es in einem Statement uns gegenüber, man wolle bei der Polizeiausbildung nachjustieren. Künftig soll vor der Einstellung von Polizeianwärterinnen und Anwärtern eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz erfolgen. Bedeutet, dass in Zukunft alle Polizeibewerberinnen und Bewerber auf ihre Verfassungstreue durch den Verfassungsschutz überprüft werden sollen. Die zukünftige Verfahrensweise zur Regelabfrage für Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter soll Anfang 2022 in Kraft treten. Die betreffende Polizeibeamtin soll erst relativ kurz im Polizeidienst gewesen sein. Dazu musste sie im Rahmen des Auswahlverfahrens unter anderem ein aktuelles Führungszeugnis und einen Persönlichkeitstest ablegen. Vorkehrungen, die in diesem Fall offenbar nicht ausgereicht haben. Seit Bekanntwerden des Briefwechsels ist die Polizeibeamtin suspendiert. Ein Disziplinarverfahren ist eingeleitet. Weitere rechtliche Konsequenzen sind jedoch nicht zu erwarten, so schreibt Jörg Blank, leitender Oberstaatsanwalt. Die Kontaktaufnahme zu einem Gefangenen stellt, wenn sie unbefugt geschieht, eine bloße Ordnungswidrigkeit dar. Das versuchte Eingehen einer Liebesbeziehung zu einer inhaftierten Person ist nicht strafbewehrt. Allerdings wurde nun ein weiterer brisanter Briefkontakt bekannt, zu dem inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ermittelt. Stefan B. wird darüber hinaus vorgeworfen, einen Brief mit strafbewehrtem Inhalt an eine Privatperson außerhalb der Justizvollzugsanstalt verfasst und in den Postlauf gegeben zu haben. Wer der Adressat dieses Briefes ist, dazu halten sich die Ermittler derzeit noch bedeckt. Oberstaatsanwalt Jörg Blank erklärt in einem Schreiben an den Deutschlandfunk, dass er sich zum weiteren Verfahren nicht äußern wolle, um mögliche Ermittlungsergebnisse nicht zu gefährden. Auch das Justizministerium möchte sich derzeit zum Sachverhalt nicht äußern. Man dürfe aus rechtlichen Gründen Anfragen des Deutschlandfunks nicht beantworten. Auch für Inhaftierte gilt das Postgeheimnis. Laut Justizvollzugsgesetz Buch Sachsen-Anhalt darf ein Schriftwechsel nur im Einzelfall überwacht werden. Mein Eindruck ist bislang, dass das Sicherheitsrisiko, was dieser Attentäter von Halle selbst aus der Haft heraus darstellt, noch nicht ausreichend gewürdigt ist. Gibt Sebastian Striegel von den Grünen zu bedenken? Wir finden es wichtig, dass insbesondere auch der Aspekt, dass der Attentäter einen offenbar ja doch recht umfangreichen Briefkontakt zu unterschiedlichen Leuten unterhalten kann. Und dass, nachdem er im Prozess ja auch angekündigt hat, dass er Nachahmer zu solchen Taten, wie er sie begangen hat, animieren will, dass da möglicherweise noch nicht ausreichend Vorkehrungen getroffen sind, um so etwas zu verhindern und darauf aufmerksam zu werden. Vom Justizministerium fordert Striegel so schnell wie möglich mehr Informationen und Aufklärung im Parlament. Außerdem müsse geprüft werden, ob der Kontakt des Attentäters zur Außenwelt nicht doch stärker reglementiert werden sollte.